Das ist nicht so. 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 Wenn der so spritzig ist, darf man aber nicht nach außen rausgehen und versuchen alle auf einen Schlag zu holen, dann fängt man sich so gut an. Das ist praktisch unmöglich, jetzt dann ohne sich noch zu fahren. Und hier die Punkte von Frank. Vor die Punkte kommen möchte ich einen Hinweis geben. Der Laufendrohr 1 wird annulliert und wird nach Laufendrohr 4 wiederholt.